Hallo und herzlich willkommen liebe Community. Weitere Folge Wissenschaft im Alltag mit mir, dem Chris. Heute Folge 16 und in Folge 16 gibt es wieder eine Frage, die ich aus meinem Umfeld bekommen habe. Warum gibt es die Farbe Schwarz nicht im Regenbogen? Nun, das hat mehrere Gründe und wir wollen die mal heute beleuchten, welche das sind. Zum einen muss man ganz am Anfang sagen, die Farbe Schwarz gibt es nicht. Denn die Farbe Schwarz ist keine Farbe, sondern die Farbe Schwarz ist eigentlich die Abwesenheit von Licht. Das bedeutet, dass wenn etwas Schwarz ist, ist das Licht komplett absorbiert. Das Licht, was um uns rum ist, aus der Sonne, aus Lampen, was auch immer, wird komplett absorbiert von diesem Gegenstand und deswegen ist dieser Gegenstand schwarz. Das ist Grund Nummer 1. Und Grund Nummer 2 ist, dass der Regenbogen aus dem Farbspektrum der Sonne besteht. Das weiße Licht der Sonne wird jetzt verlegt in die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. In genau dieser Reihenfolge und grundsätzlich immer in dieser Reihenfolge. Egal, wie ihr das macht, es sind immer diese Farben. Und da hören wir ja schon, da ist kein Schwarz dabei. Denn natürlich, wie ich schon sagte, ist Schwarz die Abwesenheit von Licht und das Lichtspektrum der Sonne besteht aus den angesprochenen Farben. Und deswegen können auch nur die im Regenbogen entstehen. Wie ein Regenbogen entsteht, sollte eigentlich bekannt sein. Aber ich kann es ja nochmal kurz anreißen. Ihr müsst mit dem Rücken zur Sonne stehen und vor euch regnet es irgendwo. Und dann läuft das Licht der Sonne durch die Regentropfen, wird dort, wie wir schon mal in den vorhergehenden Videos besprochen haben, zerlegt in seine Spektralfarben. Und die werden dann an den Himmel projiziert. Und das sind dann die entsprechenden Spektralfarben des Sonnenlichtes. Und eine interessante Geschichte dazu ist eben, dass es kein Schwarz geben kann. Denn Schwarz ist die Abwesenheit von Licht und somit wird es kein Schwarz im Regenbogen geben. Das nächste Thema, was dazu auch eine Rolle spielt beim Regenbogen, was ich noch dazu sagen möchte. Wenn ihr euch mal überlegt, dass ihr das Sonnenlicht mit einem Prisma zum Beispiel in seine Spektralfarben zerlegen könnt, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, kann man diese Farben auch alle wieder mischen und wird dann wieder weißes Licht raus? Ja, das ist so. Tatsächlich. Man kann also die Farben nehmen, die Spektralfarben, kann die erzeugen. Und wenn die alle auf einen Punkt fokussiert werden, dann ergibt sich weißes Licht. Das nutzt man übrigens auch bei weißen Leuchtdioden. Man glaubt immer so, diese RGB-Technologie, Rot-Grün-Blau, das sind ja die drei Grundfarben, sage ich jetzt mal. Und RGB-Lampen kennt jeder aus dem Haushalt. Überall kann man halt die Farbe einstellen und so weiter. Und da ist das dann auch so, dass wenn man weißes Licht haben möchte, man entweder eine LED nimmt, die weißes Licht imitiert, oder man kann auch die Grundfarben alle zusammen mischen und dann entsteht auch weißes Licht. Das ist nämlich sehr interessant. Ja, also, schwarz gibt es deswegen nicht, weil es kein Licht ist und deswegen kann es auch nicht in den Regenbogen reinkommen und deswegen gibt es kein Schwarz im Regenbogen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt dran, fleißig abonnieren, fleißig Kommentare schreiben, Fragen schreien, schreiben und natürlich die Glocke anklicken. Dann werdet ihr immer informiert darüber, wann es neueste Videos gibt. Hier gibt es ja alles Mögliche zum Thema Wissenschaft, Weltraum und Chaos. Und deswegen bedanke ich mich ganz recht herzlich für euer Engagement, dass ihr immer noch dabei seid, dass immer mehr Abonnenten werden. Wie gesagt, die Zahl ist nicht wichtig, aber es spornt mich natürlich an, das Ganze hier für euch zu machen. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss. Euer Chris.